Richard, was wollen wir eigentlich hier? Für uns sein. Für uns? Am Anfang sprachen alle Menschen in allen Teilen der Welt eine Sprache. Was sie sich auch vornahmen, sie konnten alles erreichen. Meine Frau ist verletzt! Ist hier jemand Arzt? Ist hier ein Arzt? Hilfe! Bitte halten Sie Angst! Sie müssen mir helfen! Nein, halt! Warten Sie! Aber aus Furcht vor dem, was der menschliche Geist hätte anrichten können, sprach der Herr. Steigen wir hinab und verwirren ihre Sprache, sodass keiner mehr den anderen verstehe. Ich muss meine Botschaft anrufen! Wo sind Sie? Wo sind Sie? Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Die Schüsse auf eine amerikanische Touristin weiten sich zu einer internationalen Angelegenheit aus. Die ganze Welt verfolgt die Ereignisse. Noch sind die Hintergründe unbekannt. Ich will mit den Kindern sprechen. Ich will mit ihnen sprechen. Das ist ein Notfall. Sagen Sie, die Hochzeit Ihres Sohnes ab. Kann ich jemanden kommen und sich um die Kinder kümmern? Ich verlasse mich auf Sie! Wo wollen Sie hin? Mexiko. Wer sind die? Ähm... Sie gehören zu mir. Ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Warum? Sie werden sofort aussteigen! Ich habe Sie aufgefordert, aus dem Fahrzeug auszusteigen! Das ist nicht los! Sie weigern sich zuzugeben, dass es sich um einen terroristischen Akt handelt. Wir werden diese Leute finden! Wer sie auch sind, wir werden sie finden! Nabi! 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 Nabi!